Hallo und willkommen zurück zu Amnesia. Wir haben uns das letzte Mal den Schlüssel zum Weinkeller besorgt, in dem wir ja jetzt diese Chemikalien finden müssen, um dieses Gewebe wegzumachen. Okay. Also immer wenn's irgendwie Treppe nach unten geht, wird's scheiße. So. Rein da. Der Sa- Oh Gott. Okay. 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 Alles gut. Okay. Ganz ruhig. Oh Gott. Nein. Bitte nicht. Oh Gott. Okay. 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 Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alles ist gut, Flashback. Okay. Hier ist ein ganzer Raum voll mit Fässern. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Oh Scheiße. Okay. Wir haben die erste Chemikalien gefunden. Ich will nur mal gucken, ob ich vielleicht hinter den Fässern noch irgendwelche nützlichen Dinge finde. Gut. Dann gehen wir wieder raus. Und unsere Laterne ist aus. Kein Problem. Wir haben noch Öl. Blut. Und eine halb offene Tür. Okay. Tür zu. Wir schauen uns mal um. zu. Um. zu. Ne. Bichse. Oh Manere. Okay. Noch eine. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Mach die Kerze an. Komm, mach die Kerze an. Alles gut. Alles gut. Alles ist gut. Oh, Gott. Hat das jetzt der Eingang zugestürzt? Oh, hier hängt wieder ein Strick. Soll das eine Einladung sein? Oh, dass ich mich gleich ranhängen? Aha. Okay, gut. Oh, okay. Okay, hier ist anscheinend nichts weiter. Ich gucke mal ganz kurz auf unseren Zustand. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Einige Schnittwunden und blaue Flecken. Aber wir haben schon zwei Chemikalien von vier, glaube ich. Und hier ist was, wo wir unsere... Oh, fuck. Hier ist über uns, oder? Ich weiß ja nicht mal genau, was mich hier verfolgt. Nur dieses... ...enthält einige Tropfen Öl. Machen wir mal. Die Laterne enthält kein Öl. Ja, das war jetzt voll der Unterschied. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Okay. Na, komm. Was denn jetzt? Wieso wird denn das hier immer dunkler? Oh, Leute, nee. Oh, Gott, nein. Okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Das ist überhaupt kein Problem. Komm schon, Daniel. Hab dich mal nicht so... Oh, Gott, ich höre auch noch Kettenrasse. Das ist nicht schön. Das brauche ich jetzt nicht. Achso, ich muss die Tür... Ach, immer dieses... Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich sehe was hier durch. Ich mache mal die Laterne nochmal aus. Okay. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Oh, scheiße, nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nein, 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 nein... Oh fuck. Oh, okay. Lasst mich raten, ich muss natürlich genau in diesen Raum rangehen, oder? Das wird schön. Ich mache hier mal einen Schnitt. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.